Meine Damen und Herren, Geschworenen, wie auch immer Sie entscheiden, Ihr Spruch muss einstimmig sein werden. Vielleicht diskutieren wir zuerst. Diskutieren aber, Herr Oppmann, ich bitte Sie. Was gibt es denn da noch zu diskutieren? Elf zu eins für Schuldigste. Jetzt wissen wir doch wenigstens, woran wir sind. Heilige Scheiße, einer muss doch immer aus der Reihe tanzen. Er hat ausgesagt, es hätte sich wie ein Kampf angehört. Und dann hätte der Junge laut gerufen, ich rede dich um. Sie zweifeln immer noch? Jemand hat doch gesehen, wie Sönchen dieses Ding da seinen Vater verpasst hat. Mensch, was brauchen wir denn mehr? Verdammt, doch meine Quante schämen von den ganzen Quatschen hier. Kein Vorfache. Nein, ich schuldig. Nein, ich schuldig. Ich grüße mich nicht bei euch. Ich habe jetzt recht auf meine Meinung. Es ist nur eine Nacht. Und wegen dieser einen Nacht kann ein junger Stern...